Danke. Habt ihr dann hiernach einmal alle Standard-Maps gespielt, oder? Nee. Also bevor du kamst, hab ich eine eigene Throne-Map gespielt und sonst nichts. Achso. Bei Standard-Maps gibt's glaub ich mit aber irgendwie acht Stück. Oh, mein Feuer ist vielleicht nicht so gut auf der Map hier. Oh, hi Theo. Ja, 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 das ist gut, die Richtung ist gut. Was darfst du mal? Ja, bei Ice nicht unterschätzen, wie schnell er das rüber pflegt. Ja. Ich kann doch nicht springen gerade. Oh, okay, da sind mehrere. Alter. Oh, wegen dir hab ich vorhin ganz verpasst. Oh, hole in one. Und du hast hier ins Loch geschossen. Nein. Hole in one, easy. Ich bin zu weit. Oh, wie cool. Cooles Level. Oh, du hättest noch mal hüpfen können. Jump. Nice. Sieben? Was? Ich hab dreimal geschossen. Haben wir F gemachte Bestrafung an? Äh, ich weiß nicht eigentlich nicht. Wir haben wieder. Wir haben wieder. Oh ja, haben wir. Ich bin auch auf vier. Du hast es auszusehen angeschaltet, Möcker. Oh Gott, bin ich drüber gehüpft. Ich glaub, der normale Weg ist einfacher zu hold in one, als das Springen. Oh la la. Weil die Strecke so gebaut ist. Hä, wo bin ich? Wieso kann ich nicht mehr schlagen? Ah shit, ich hab F gedrückt. Aha. Ja. Ja, das musst du dich abgewöhnen. Ja, vom ersten auf den vorletzten Platz. 2 14 nach 2 hold in one. Ah fast. Oh, hold in one, easy. Nice. Nice. John. Gup. Das war zu weit. Oh, Möncke hat den Kieße. Das ist ja geil. Oh, Lizzie. Oh. Ohohohohohohohohoh MATZO Voll um die ganze Rutschen gebraucht Sie war schon am Fallen Ich konnte ihn noch retten Ach da ist das Ziel, okay Klick klack klick klack ist das Theo der so klick klackt oder was ist das Nee Nee, es ist Bälle, die die Wand berühren Okay Wer war das? Was? Was war das? Ich stand da nur. Hallo Bucky. Nein. Oh, ich hätte Lizzy jetzt raushauen können, theoretisch. Das wäre gemein gewesen. Ich bin schon auf dem letzten Platz. Nein, danke. Ja. Und das nur für das F drücken. F in den Chats. So, es gibt Chats. Nice. Herr Theo, du bist transparent ein bisschen. Kann man sich ein Material aussuchen für den Ball? Ach komm. Habe halt. Das ist wegen dem Leuchten, dass es so aussieht. Mann. Oh, rap Theo. Ich kotze. Oh, zu weit. Oh, viel zu weit. Theo. No. Mann, Theo, nein. Ausweg. Nein. Ich roll immer noch. Theo. Nein. Oh Gott. Fühlen Sie ernsthaft? Jetzt habe ich sie auch noch ins Loch reingehaut. Oh. Easy. Ich kotze. Du kotzt. Ich kotze. Du kotzt. Was kotzt du denn? Ich kotze mit O. Oh. 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 Da drüben hin, alles klar. Hat BMO grad Hole in One gemacht? Ja. Schäm dich. Nein. Oh. Jetzt bin ich untergefallen. Dass du uns Hoffnung machst und uns so zerstörst. Wer war das? Nein. Was? Münka, geh du vor. Ja. So. Ciao, Theo. Bogey. Wie wird das ausgesprochen? Bogey? Bo... Bogey. Wie der Bogeymann. Okay. Bogey. Glaube ich zumindest. Weiß es nicht. Bogey, Bogey. Bogey ist richtig. Ich meine, ich habe Bogey mal gehört. Bogey heißt das. Ja. Bei eSports Resort oder so. So. Boa... WeSports hat das er إلى gespielt? Nööööö... WeSports und spurt Resort, beides. Ja, wie es ist. Ich auch. Richtig geil. Fals Mode in One. Ah. Ich habe F gedrückt, sonst hätte jetzt nur zwei Schüsse gewesen. Ehm aber wieso projects nicht mehr... Nic Oh, du ist dir so schnüffend gemacht. Boa... Ah. Ne, wir drei sind erstens gewesen mit euch. Zwei oder drei. Momentan noch erster. Noch. Manni! Oh, das war viel zu weit. Okay. Oh, ich hab F getrunken ausgesehen. Ist nicht abgegeben. Die Map ist ja ziemlich gut für Underpaar. Hab ich die schon? Ich kann nicht reinschubsen. Ich kann nicht reinschubsen. Alles gut. Aber danke, ich appreciate es. Oh, die hab ich schon. Okay. Ich hab F gedrückt. So ne Kacke. Oh, das ist cool. Ah, fuck. Oh, da hätten wir mal instant resettet. Oh no. Oh. Hi, der See. Hi. Hi. Kannst vorgehen. Oh, nice, Pimo. Oh. Ja, nun. Schöne Map. Ich will auch die sind zu sieben. Ach, ich hab schon wieder F gedrückt. Muss meine Hand da wegnehmen. Oh, mal kurz für Theo. Äh, hier. Hier für Theo. F in the Chat. Moment. Ist es machbar? Oh. Ja, ist es. Du kannst theoretisch vom Start aus bis dahin springen. Ich weiß. Aber die berückt mich halt ein bisschen im Weg. Theoretisch, ja. Ernsthaft. Leider mit dir. So, ich bin jetzt. Hm. Aha. Oh, man kann einfach abkürzen, oder? Ach, das ist ne Rampe. Ah. Hä? Kannst du doch easy einfach hier abkürzen. Nein. Oh, gut, wenn man so dumm ist wie ich dann nicht. Ich bin dreimal hier schon. Ich hab F gedrückt. Ah, wann tue ich das? Hä, Münker hat einfach null dort. Münker. Die Einstellung ist Folter. Aber Münker noch nicht geschlagen hat. Nee, ich hab noch gar nicht geschlagen, Leute. Ah, ich will Glück. Sofort hüpfen. Du musst sofort hüpfen, da. Du darfst halt nicht hüpfen, bevor du schlägst, weil dann hüpfst du nicht. Also schlagen und dann sofort hüpfen. Ja. Wenn du Airdrückst, gibt's keine Strafe, oder? Auch. Auch? Oh, wie gemein. Ja. Fuck it. Ich kotze. Oh. Es war gut, bis du nochmal geschoben bist. Ah, jetzt, 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 jetzt. Oh, jetzt mit einem Schlag, jetzt mit einem Schlag. Die. Oh. Oh. Wohin? Oh. Wohin? Hä? Kannst einfach hier lang, oder? Nee. Geht nicht. Also, die Maps sind ja eigentlich nur gemacht, wenn man nicht zu hüpfen kann. Ja. Ja. Sind alle Standardmaps. Oh. Danke. Ehre. Er ist halt vom Start wieder So, wie komm ich jetzt da rein? Am besten so, oder? Äh, nicht ganz, okay Hallo Bimo Bimo mit seinen Kakteen aufm Eis Ja, ich will den Kakteen-Trail auch haben, der passt voll gut zu dem Sombrero Boah, das war knapp Ich dachte schon, ich hab Chris gerade seinen Hold-in-One verschafft Das wär witzig, okay, das wär witzig Oh, ich hab F gedrückt Ah Ja, das ist 4, 5 Nein Nein F drücken ist sehr belastend Okay, scheiß drauf, ich mach das jetzt richtig Man sieht genau in welchen Runden ich auf das den F gedrückt hab 4, 10, 11 Ja Ja Ah So Boah, ist aber eine schlechteste Runde bisher Der war gut Die Map ist viel leichter als die vorherige Wohin? Oh Oh, da unten Oh Oh Theo, du hast mich fast reingehauen Oh 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 Oh, ne, das wird nix Oh, ich kotze Stopp Och Nein, und ich bin weg Weeeeee Okay, nope Ja, Chris, schieß ruhig noch ein paar Mal Mach ich Peng 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 So Wohin Da 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 Oder Oh, das ist so fies Oh, danke Buki Ehre Ein Part 5 Loch, okay Oh Hm Nope Okay, ne, abkürzen ist nichts Ah, ist was Nicht sicher Nicht bei mir Ist es egal, welches Ja Ah, ich hab S gedrückt Ich bin bei 8 Ich wärs bei 4 Oh, der Pain Lissi ist gerade abgeprallt und es ist einfach nichts bei mir passiert Passiert manchmal Oh, ich hab verkackt einfach Oh, Lissi Ich bin nicht auf dem Start weggekommen Lissi hat mich gerade abgebremst, zum Glück, weil ich war gerade dabei, wieder zurückzurutschen Ich hab mir noch 3 Ja, die schaffe ich noch bevor ich gehen muss Ich hab grad schon gerufen Oh, oh Nein Mein Vorteil Jetzt hat, oh nein, zieg ich gleich auf mit den anderen Wo ist Shen Das ist hier Boah, das wär fast ein One in One gewesen, holy shit Ja, bei mir auch Buki Nein Och Mann, das war jetzt eh Oh, schade Wuhuuu Kann ich dich zulassen, Buki Nice, Hole in Two Ich hasse dich Hat hier auch, äh, Buki auch, oder? Hätte ich das nicht gemacht, wär ich noch mit auf dem ersten Platz Das ganze F drücken, jaja Ne, ne, ich mein jetzt gerade Buki heaten Ich hab grad Buki, äh, das Hole in One weggeschossen Achso Hä, du wär Achso Der hat wieder reingewollt und ich hab ihn weggeschlossen Bam, bam, bam Die Rampe hoch, ja Ist das, ist das, ist das, ist die 17? Ich glaub man kann echt besser einmal Ich bin sie Oh Du bist jetzt so gut positioniert True Oh nein, ich hab F gedrückt Oh, das klappt nicht Oh, ja, ich bin auch auf 10 Schlägen Ahhhh Fucking F Mann F in the chip Daher kommt das wahrscheinlich auch, wegen dem Spiel Ja Muss holen Oh nein, Theo Par Buki hat mich überholt Nein Ich krieg dich Buki Ich bin mit Abstand letzter, holy shit Ernsthaft Oh, ich hab se Ich Oh, ja Oh, ja F gedrückt Ach, man Ach, lang Ja, weil Theo kommst du Theo kommt über die Mauer, ich krieg das nicht hin Nüpfte spät Das ist, ist, ist spät Ne, ist weiter weg Ich bin auch gleich weiter weg, wenn ich da rüberkomme Ja, ja Man spawnst du ne andere Mauer, Alter Das hab ich gerade gesehen bei Theo, ja Nicht? Oh, all in one! Oh mein Gott! Oh mein Gott! All in one! Nein! Der arme Buki! Aber Buki hat es trotzdem... Ist Buki drin? Ne, ich bin erster, nice! Ich raste aus! Oh, Buki, ich hab's nicht noch gekriegt! Wo ist Buki? Da ist Buki! Oh, Lizzie hau Buki weg! Lizzie hau Buki weg! Oh, schade! Oh! Oh, dass das Holzteil da ist, ne? Ist so schön! Das hat mich gerettet vorhin! Ja, in der Custom Map würde da kein Holzteil hinbauen, sondern dich quälen! Oh, nice! Oh, nice! Ich hab den nervigsten Trail ever! Trotzdem nur auf dem vorletzten Platz? Hey, ich war doch eigentlich gut! Ah, okay, hier sind ein paar 14er! ... ... ... ...